so und die zwei sind auch gerade angekommen na toll so gut geht es denn hier da geht es erst mal hoch immer vorsicht ja oh noch einer hier kommt aber dann wirklich ja guck mal nicht wirklich vor wie bei star wars hier und da fliegt wieder einer weg hier sind auch ein paar mehr ein paar mehr leute kann man da runterfallen da ganz gefährlich dann da ist wohl nix auf jeden fall wird da nichts angezeigt was haben wir denn hier ähm äh ja was wirst du mir sagen wie so kriegt da mal einen hoch und gehe wieder runter wenn ich weggehe naja wie auch immer so dann lässt man hier schön aus dem fenster gucken alter kann man den so äh den haben wir schon mal entdeckt ahja temperatur 18,3 grad haben wir da gut hier kommen die dann wirklich von bei ja star wars oder randwip enterprise was auch immer das ist eine station die kannst du dir nur aus dem fenster gucken ich rede gleich mal mit euch ähm datenspeicher äh lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal ähm ähm äh lass mal gucken was würde ich denn jetzt hier für ähm 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 gold bekommen ähm ähm hm hm ich hab das gold jetzt hier nicht gesehen ähm sauerstoff natrium ich sehe hier im moment kein gold okay dann vielleicht naja hier 22 für 4600 100 was ist denn einer wird nur mal so 210 silber 99 und hier haben wir die street ok das wollte ich nun mal so metallplatten kann hier kaufen technologie modul normales firinstoff sauerstoff natrium kann ich auch kaufen 51 das stück auch das geht ja eigentlich noch genau diese mit dingen brauchen wir auch noch besorgen mal herstellen gut soweit das hier hi wer bist du denn moment okay und was ist mit dir nix alles bleibt dunkel ok ja trophäe habe ich erhalten kontakt ja 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 okay erst mal weggehen reise mal im stein wieder ein entdeckt äh bekommen nicht allein zehn aliens getroffen ok der ist auch rot alles hier gesperrt und so weiter was ist das station terminus teleporter äh station terminus ist ja ja kakarabaka kapakakaba kapakaba kakarabaka komplement machen versuchen zu scannen Kompliment machen. Okay. Warum soll ich Ihnen 1.000 geben? Warum soll ich Ihnen 1.000 geben? Das ist doch... Ich kriege doch nichts dafür. Oder? Die 1.000 haben wir auch schnell wieder drin. Mal was verkaufen. Geknipp mal 1. Was ist das denn? Wo haben wir denn jetzt dieses Geknipp? Geknipp. Verbrauchsgut zum Handeln. Aha. Das ist bei den Gek extrem beliebt. Na gut, einen Gek habe ich noch gar nicht getroffen. Die ändern sich ja anders. Durch den Verzehr können die... Geschnäbelten Händler über länger Zeitraum angehen. Aha. Okay. Irgendwann müssen wir mal gucken, wenn wir einen Gek gefunden haben. und da steht dann halt das ein Geschnäbelten Händler. Okay. Maske bla 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 bla. So rollen und bla bla. Äh. Auch nochmal 1.000. Na gut. Inventar ist voll. Moment. Okay. Dann eben nochmal. Gut. Und? Komm, wir haben Sürfel. Eine Sürfel haben wir gekriegt. Okay. Okay 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 okay. Pack, pack, pack. Sogar die Reine zu kompensieren. Moment ist er aus. Nach dem Wegfragen. Ein Geschenk anbieten. Ein Korvac-Würf. Aha. Okay. Tanzt er jetzt da oder was für Freude? Nach dem Wegfragen. Handelsposten entdeckt. Okay. Ähm. Ich halte mir auch vor, ne? Ja. Ähm. Okay. Ähm. Ich spreche langsam ruhig. Nach dem Wegfragen. Und? Signal entdeckt. Okay. Okay. Ein Signal. Ein Signal. Oh. Jetzt kriegen wir hier Sachen. Ups. Moment. Ich hab da noch gar nichts gemacht, ja. Ich wollte das um das mal wegklicken. Äh. Sicht dem Scan hingeben. Okay. Okay. Ein Schuh. Ja. Jupp. Was haben wir hier? Auf die Schnecke zeigen. Auf den Händler mit Schnabel zeigen. Auf die Entschuldigung. Was haben wir hier in dem Front zeigen. Keine Ahnung. Äh. 피부 shocked. Oh. God. Was haben wir hier in dem. Ich nehme nur Schnecke. Na gut. Kompliment machen. Haben wir doch schon gemacht bei denen, oder? Keine Ahnung. Was ist mit dir? Ja, ja, ja. Oh Gott, noch mal ein Taushandel. Oh, ich habe doch keinen Platz mehr im Moment, ne? Warte mal. Einen haben wir noch. Mal gespannt, was der mir jetzt hier geben will. So. Wieder ein Bildnis. Okay. Ich meine, dass das 24.000 im Monat wird. Hm. Gut, können wir die verkaufen, dann haben wir wieder einiges an Geld. Ähm. Tja. Wow. Oh. Mann. Alles klar. So, aber hier ist nichts. Das ist merkwürdig. Was da nichts ist. Hm. Gut, dann habe ich da hinten ja noch was. Kann man da mal hingehen. Oh. So. Tragen wir uns jetzt mal hier in dieser Raumstation um. Was haben wir denn hier alles Schönes? Hä? Meine Frage. Äh. Alter, immer diese Öffnungen hier. Ähm. Verschlüssigte Navigationsdaten. 10 an die tauchen wollen okay das ist ja mal wunderschön so hat der blaue würfel ja auch noch was für mich 15 tauchen wollen okay ich bin jetzt hier dann nehme ich doch mal die ecke hier ok hier bleibt nur der eine blauer würfel hallo du hast sie doch nicht mal alle wir haben jetzt 400 an die tauchen wow ok ich muss mal was verkaufen was ich auch wieder schnell hergestellt bekomme gut einmal verkaufen wenn es dann diesen kopf hier hier kann man waffen kaufen wie es aussieht bla 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 lass mal gucken dann die tauchen gegen baupläne handeln ok fortgefrittener minenlaser werden wir den wenden es ist das ist der die das ist der ich kann der 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 1 da Lass mich mal gucken hier Komponentenkaube Ok Bergbaustrahl Modul C Ok, Scanner-Modul Blitzwerfer-Modul ... ... Erhöht der Verkund prеюсь Blitzohrer, so gehören wir nicht. Ich hab den Laserstrahl-Ding da auf dem Bergbau drauf, wie kann ich das für meine Waffe benutzen? Da muss ich doch noch mal gucken. Das ist ein Mühlen-Laser, aber kein Bergbau-Dings hier. Ja, 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 ja. Kann man den auch aufladen? Nein, da brauche ich jetzt den Raumschiff-Start-3. Ja, ja, ja. Geht das hier? Metallplatte. Moment, Metallplatte. Verriefstab, okay. Ähm. Müssen wir das erst mal herstellen? Was? Ähm. Oder wir gucken, was das hier denn nochmal kostet. Verriefstab. Ähm. Ja, was hat er hier? Grateful Scanner. Ähm. Hä? Fahr. Okay. Hm. Da steht noch jemand. Ja, ja, ja. Blablablau. 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 Ähm. Schildgitter. Eurealstimulator. Nö. Okay, das kann man auch noch nicht machen. Was war denn? Hier, ein Durchgang war der noch. Durchgang. Hallo. Huch, was bist du für einer? Du bist ein lustiger Vogel. Der ist ja lustig. Die kleine Kreatur ist bei meinem Erscheinen damit beschäftigt Gewinne zu addieren. Geben zehn Stück. Kriegen wir mal zehn, guck mal her. Fünf in den Haufen, okay. Im Moment habe ich hier keinen Platz, das ist natürlich. Na gut, solange ich hier wieder was bekomme oder so. Bam, 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 bam. Dann, was haben wir denn hier? Nach dem Wegfragen. Und wir haben ein Absprungskapital entdeckt. Wir entdecken immer viele Sachen hier heute. Äh, ist auch wieder nur die, ja. Kreaturscandaten teilen. 910? Ähm. Okay. 910? Wo? Alter. Auch wieder bei Kurbus. Alter. 910 haben wir da gekriegt. Das ist doch. Hammer. Das ist doch. Huch. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Jetzt haben wir schon 20 Aliens getroffen. Ja, das kann jetzt auch mal weg hier. Komm. Leutnant Kuwait. Die Nasenlöcher des Kriegers lodern, als ich mich ihm nähere. Er holt tief Luft und bellt etwas heraus. Buh. 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 Was eine Wahrung sein könnte. Ehrlich zeige ich ihm, dass ich friedliche Absichten habe und nicht viel über ihn oder seine Sprache weiß. Er denkt einen Augenblick nach, packt daraufhin mein mutige Werkzeug und bäht mir dabei wieder mit reichlich Spucke ins Visier. Er deutet auf den Anzeiger, der verrät, welche Elemente ich bei mir habe. Ich tue mein Bestes und die Ruhe, um die Ruhe zu bewahren. Organisches Element geben. 15 Euro. Verdichter Kohlenstoff. 5, na gut. Ok. So. Was können wir denn hier verkaufen? Warte mal, wir können erstmal, dass ich es nicht so dringend brauche. Was können wir denn? Guck mal, dieses Dings Wasser hier, das, äh, ja, aber das brauche ich ja dann für den, äh, was nehmen wir denn? Verrostetes Metall könnte man machen, oder? Ah, da kann ich auch noch was anderes mitmachen, habe ich ja festgestellt. Ähm, Kohlenstoffnanrohr. Brauche ich glaube ich noch irgendwas? Ähm, ich mach mal die Munition hier verkaufen, das ist, die kriege ich ja auch total schnell wieder her. Ja, so, dann hier diese, ja, äh, die Figur, aber das, da gibt's ja diese Schnabeltiere, wie da ja steht, und dann... Ja, so, dann hier, woher war das hier. Äh, hm, hm, hm. Alter, das gibt aber immerhin 24.800, ey. Tonne Wetter. Verkaufen wir. Da ist überall Null. Warum auch immer. Raumschiff Inventar. Gold brauche ich ja selber auch irgendwie. Na gut, dann lass mal gucken, da haben wir jetzt mein Anzug, zwei Plätze wieder frei. Ok. Hoch. Verflossen. Ok, auch den Atlas Pass. Ja, hi. Hi, hi, hi. Und so, ne. Okidoki, so. Oh, wow. Wir sind schon über eine halbe Stunde drinnen, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir erst einmal Schluss. Gar nicht gemerkt. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.